Unser Pferd. Hallo. Dies ist dein Pferd. Du kannst es dazu nutzen, Baumstämme aus dem Wald zum Sägewerk zu bringen. Für die Leute, die übrigens gerade verwirrt sind, Manuel sieht gerade exakt das, was ich auch mache. Wir sind praktisch im gleichen Körper. Okay, wir können hier das hier benutzen. Eine Käffensäge. Was denn? Ich streiche damit bei den Pferden. Dem Pferd kann nichts passieren. Keine Sorge. Also, das ist hier gerade unser Land und hier können wir nämlich auch ein paar Bäume fällen. Dazu brauchen wir auch das Pferd. Und das Dumme ist, du kannst dieses Pferd, zieh dir das mal rein, Alter. Jetzt sammle ich das und dann steht da unten, wie schnell das ist. Jo, 16 kmh, du absolute Maschine. Es ist das krasseste Pferd auf diesem Planeten. Wir werden auch gleich Cashmash machen, Manuel. Und ich habe keine Ahnung, hier stehen so ein paar Bäume am Wegesrand. Die werden wir jetzt machen. Manuel, warte ganz kurz, okay? Kümmer dich um das Pferd. Mein Trottner ist fertig. Bis jetzt ist das Video geil. Wirklich geil. Eine Sekunde. So Pferd, jetzt sniff ich. Im V-du leidest das rein. Warte. Oh, 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 oh. Oh, ich bin gespannt. Ach, dass die nächste Anfeierungen werden. Aber schön, wenn du Zeitstabend gehst. In der Pause geduld hat oder so. Soll ich mich schon bereit sein? Ich bin doch nicht so ledig. Das wäre ein paar Pferd, ich ja Pferd. Ja, nein, nein. Ja, nein. Ja, sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Hallo. Das machst du immer wieder. Was denn? Das timest du doch so. Nein, das timest du nicht so. Jetzt wird er was benutzt. Und zwar die Kettensäge. Hier. Äh. In den Knaller. Die Kettensäge drehen. Da. Und jetzt. Weiter weg. Weiter weg. So. Jetzt ist gut. Ja, wie durch Butter. Ich fände mich aus. Zack. Und wir haben unser... Oh, oh. Nicht auf das Pony. Der Sound ist total komisch. Also ein bisschen unrealistisch. So. Jetzt werden wir das nochmal ein bisschen kacken. Und dann, wie nennen wir unser Pferd? Epona? Ja. Das ist ein bisschen kacken. Hallo. Herzlich willkommen zu viel denn Folge von Landwirtschafts-Simulator 2019 zusammen mit Zornbauer und Bauerdato. Hallo. Meine Damen und Herren, wir haben...